Ja, guten Abend zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber H.O.T. ist bald da. Am Freitag soll es soweit sein. Und da stellt sich doch die Frage, was machen wir eigentlich mit unserem Punkt wieder neu verteilen? Was ich als wunderbare Sache empfinde, denn hier in meinem Main-Char, ich hab den Qualität festgestellt. Und nun also am Freitag die Chance, was besser zu machen. Was sollte man machen? Beteiligung gegen Wachen und auf die Wachenschinder zu maxen. Darüber hinaus macht es Sinn, die Vorratstragekapazität durchzuskillen, um die maximale tragbaren Subteis ebenfalls maximieren. Okay, und danach geht es einfach los. Der Flammenbock. Ich habe für mich selber entschieden, haben die Stufe 4 und 5 braucht. Beim Trebuchet ist es ähnlich, und dort bin ich hin, dass ich zumindest mal Kuh-Munition verschießen kann, hier auf dem Pfeilwagen verteilt, was auch tatsächlich relevant ist. Natürlich, als Lofi kann man durchaus mal den Pfeilwagen bedienen. Ich wünsche noch viel Spaß und viel Spaß auch im Spiel, und wir wollen uns noch mal sehen. Im Game, am Freitag. Ciao. 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 Ciao.